Da sitzen wir nun wieder und du, Sebastian, bist Vorjahressieger, jemand, der es geschafft hat, hier das Publikum im vergangenen Jahr zu überzeugen. Und kaum ist das passiert, bietest du, wenn man dich im Internet besucht, Easy Listening und Heilen an. Also du kannst mittlerweile Menschen richtig weiterhelfen. Ja, Easy Listening ist gut für euch. Aber was hast du damit zu tun? Also Easy Listening gab es ja schon vor deiner Kunst. Inwiefern bist du da noch ganz besonders therapeutisch wirksam? Ich habe versucht, das irgendwo einzuordnen, was ich so mache und mir ist dann keine bessere Kategorie eingefallen. Also das heißt, die Menschen, die jetzt alle hier unmittelbar sitzen und natürlich das Millionenpublikum vor den Fernsehern, wird sich, nachdem du gleich aufgetreten bist, mindestens besser fühlen? Das will ich ganz schwer hoffen. Und wenn jemand eine bessere Idee zur Kategorisierung dessen, was ich mache, hat als Easy Listening, der mag sich nachher bei mir melden. Auch nachts. Okay, gut. Wir sind mitten in der Nacht und wir wollen gucken, wie heilsam ist er wirklich. Hier ist für uns aus Bochum, Sebastian 23. Ich habe einen Text mitgebracht, der dazu auffordert, mal was anders zu machen und darum möchte ich euch auch dazu auffordern, mal was anderes zu machen, nämlich mitzumachen bei einem Text. Und zwar immer, wenn ich sage, geh und die Hand hebe, dann sagt ihr auch, geh. Wir probieren das einmal ganz kurz. Geh. Ihr müsst nicht auch die Hand heben, aber es sieht sehr schick aus. Okay, der Text heißt, Ärger die Monotonie. Geh. Geh. Lauf los. Geh irgendwo hin, wo du noch nie vorher gewesen bist. Probier doch mal was Neues, sei mal ein bisschen crazy. Geh deinen ganzen Tag mal anders an. Setz dich auf statt an den Frühstückstisch. Steck dir Müsli in die Nase und kipp dir Milch in die Ohren. Rasier dir mal den Arsch statt dem Gesicht und finde raus, ob du einen Unterschied bemerkst. Geh. Geh. Lauf los. Geh doch mal statt zur Arbeit zu deinem Chef nach Hause. Mal schauen, wie der so wohnt. Geh. Geh. Lauf los. Frag doch mal einen Rudel Skinheads nach dem Weg zum Friseur. Mal hören, was die so erzählen. Und wenn du danach noch lebst, dann probier doch mal was anderes. Geh. Geh. Lauf los. Wähl nicht immer die Spinner von irgendwelchen Parteien. Wähl dich doch mal selbst. Ja. Mach eine Koalition mit dir selbst und regier fröhlich in den Tag hinein. Verabschiede Gesetze gegen schlechte Laune hier. Und für Experimentierfreude. Geh. Geh. Lauf los. Ruf doch mal bei der Deutschen Bahn an und sag, dass du heute zu spät kommst. Wegen Verzögerungen im Betriebsablauf. Geh. Geh. Lauf los. Mach doch mal eine umgekehrte Diät. Ja. Friss einfach mal alles in dich hinein, worauf du gerade Bock hast. Burger, Butter, Fritten, Chips, Mayo, Schokoriegel und alles mit Cola, Kaffee und Bier runtergespült. Und schäm dich, wenn du eine Kohlsuppe auch nur anguckst. Oh, fiese Kohlsuppe. Geh. Geh. Lauf los. Sprich abends im Club einfach mal eine wirklich hässliche Frau an. Du wirst sehen, das geht viel einfacher. Geh. Geh. Lauf los. Ärger die Monotonie. Nimm doch mal das Auto, statt die 100 Meter zum Bäckerämmer zu laufen. Einfach, weil du Bock auf den Klimawandel hast. Und gern demnächst Oliven und Pfirsiche in deinem Garten anbauen möchtest. Und wenn Holland versinkt? Naja, 10% Verschnitt muss man einrechnen. Geh. Geh. Lauf los. Geh doch mal in dich, komm aus dir raus und bleib da. Denk doch mal daran, dass du sterben wirst. Und dann denk daran, dass du geboren wurdest. Und jetzt gerade bist du hier. Jetzt. Hier. Also geh. Geh. Aber tanze statt zu laufen. Dankeschön. Sebastian 23 aus Prochum.